Weil, wie gesagt, sieben Kämpfe heute, es ist wirklich kein Zuckerschlecken. Tja, apropos sieben Kämpfe, machen wir weiter mit Kampf Nummer 21. Yuli Nagata in die rote Ecke und Grigori Winitzki in die blaue Ecke. Tja, dann gucken wir uns mal an, was unsere zwei Shidokan-Weltmeister jetzt aus dem Hut zaubern. Yuli Nagata, Shidokan-Triathlon-Weltmeister, All-Japan-Open-Sieger. Ach, der hat so viele Titel, der junge Mann. Und auf der anderen Seite Grigori Winitzki, Shidokan-Karate-Weltmeister und Shidokan-Triathlon-Vize-Weltmeister, damals 2018 in der Ukraine. Beides absolute Weltklasse-Striker, die das schon bei ganz, ganz vielen Events unter Beweis gestellt haben. Und jetzt mal in einer ihnen etwas noch ein bisschen nicht so vertrauten Kampf-Variante. Also wenn ich jetzt werten müsste, dann sind die 70% Stand, 30% Boden. Und trotzdem geben die hier echt eine richtig gute Vorschein. Yuli mit einem schönen Double-Lag und direkt in die Kamera geflogen. Unser Kameramann hat es sehr, sehr gut gerettet. Victor vom Shidokan-Team Belgium, unser Kameramann heute hat es super gelöst. Merci beaucoup, Victor. So, hat er wirklich einwandfrei gemacht. Aber jetzt Grisha in der Oberlage, in der Mount und da macht der Grisha natürlich übels Druck. Da wird jetzt der Yuli nicht so viel Spaß haben. Hat jetzt hier eine starke Mount, der Grisha. Arbeitet an dem Arm, will den Arm nach oben bekommen. Ja, hat sich aufgegeben. Yuli verteidigt sehr, sehr gut. Kommt jetzt aber natürlich, wenn er hier das Bein so einhängt, nicht arg viel weiter. Da muss mehr passieren. Grisha jetzt natürlich mit super viel Druck von oben. Immer wieder an den Armen. Yuli macht sich klein, macht eng. Ja, aber Yuli sollte seine Hände in seine Hüfte bringen, von Grigori. Ja. Trainingsstunde 1. Genau. Weißgott. Ah, das macht er jetzt schön mit dem Einrollen. Aber auch hier der Grisha nutzt direkt die Chance. Oh, schön. Sehr schön gemacht. Das war gut vom Yuli. Ja, das war richtig gut und das war bitter notwendig. Da ist er aus einer echt schlechten Situation wieder ganz gut rausgekommen. Das hat er jetzt echt gut hingedreht. Da hilft einem die Beweglichkeit. Und noch 2,45 auf der Uhr. Für mein Geschmack jetzt ein bisschen zu viel im Stand gegen Grisha. Oh, das hat er schön gemacht. Oh, das hat er schön gemacht. Ja, aber er muss jetzt mehr Druck auf sein linkes Bein kriegen. Oh, nice, 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 nice. Das macht der Grisha richtig gut. Das hat er jetzt echt. Einstieg in die Trainer. Jetzt macht er zu. So, und jetzt muss er sich aber unter ihn durchbewegen. Ja. Da darf er nicht frontal bleiben. Muss er durchgreifen, durchgreifen. Jetzt macht er genau richtig den richtigen Winkel. Gut, kann man auch machen, kann man auch machen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das war. Ja, das war klar. Ja. Sehr, sehr schönes Submission von unserem Sieger Grigori Nitzki. vom Samurai Fight Team in Leipzig kann hier den Shirokan Triathlon Weltmeister 2019 aus Kobayt Yuli Nagata erschlagen. Ganz, ganz tolles Match. Und bei uns geht es wirklich Schlag auf Schlag weiter.